Als die ersten weißen Siedler und amerikanische Ureinwohner im Yellowstone ankamen, war die gesamte Region ein völlig unerwartetes Mysterium, wie man es noch nie gesehen hatte. Wasser, das aus dem Boden sprudelt, kochende Schlammgruben, stinkende heiße Quellen, Terrassen aus Mineralien. Die Menschen in St. Louis akzeptierten die Berichte nicht, die John Coulter mitbrachte, nachdem er die Lewis & Clark Expedition verlassen hatte, um diese Region ein Jahr lang auf eigene Faust zu erkunden. Sie nannten seine Beschreibung scherzhaft Coulters Hell. Natürlich sind die geologischen Wunder von Yellowstone, der Nationalpark enthält mehr als 10.000 Thermalquellen, das sind drei Viertel aller Thermalquellen auf der Welt, heute weithin bekannt und mehr als vier Millionen Menschen besuchen den Park jedes Jahr, um sie zu bestaunen. Aber der Park ist immer noch voller Überraschungen und Naturwunder. Und vor kurzem hat ein Parkranger erklärt, dass im Yellowstone Nationalpark etwas seltsames vor sich geht. Bleibt bis zum Ende dran, um mehr über die überraschende Enthüllung eines Yellowstone-Mitarbeiters zu erfahren. Yellowstone ist einer der meistbesuchten Nationalparks in den Vereinigten Staaten und liegt damit nur noch hinter den Great Smoky Mountains. Wenn ihr an den Yellowstone-Nationalpark denkt, denkt ihr vielleicht an die atemberaubende Landschaft, den berühmten Geysir, der mehrmals am Tag ausbricht oder den gewaltigen Supervulkan, der unter dem Park liegt. An mysteriöse Humanoide denkt ihr vielleicht nicht, aber Besucher des Nationalparks haben sich gemeldet und behauptet, dass sie einer Kreatur begegnet sind, die einem Menschen ähnelt, ein Fell hat und zwischen 2 und 3 Meter groß ist. Dieses Monster ähnelt stark einem Bigfoot und viele Menschen in den Vereinigten Staaten haben erklärt, dass es absolut echt ist, aber dass es sich lieber von Menschen fernhält. Eines der Probleme bei solchen Geschichten ist, dass man sie mit Beweisen belegen kann. Das können die meisten Menschen nicht. Denn die meisten dieser Begegnungen sind überstürzt und die Leute fragen sich, was sie gerade gesehen haben. Im 20. Jahrhundert war es die Aufgabe der Chief Rangers, Briefe zu beantworten, die aus der ganzen Welt geschickt wurden. Die meisten Briefe enthalten grundlegende Fragen wie, wann bricht der Geysir Old Faithful aus oder wie viele Bären gibt es im Park und wo kann ich zelten? Die Anfragen können aber auch ganz banal oder bizarr sein, wie im Oktober 1980. Superintendent Thomas O. Hobbs erhielt in diesem Monat zwei Briefe, in denen nach Informationen über das Auftauchen des mysteriösen Bigfoot gefragt wurde. Die Briefe lagen nur eine Woche auseinander und wurden möglicherweise durch eine vermeintliche Bigfoot-Sichtung in der Nähe von Jackson, Wyoming ausgelöst. Hobbs Antworten zeigen, dass dies nicht die Art von Frage war, die man sofort beantworten konnte, indem man in den Unterlagen wühlte. Wir können in den historischen Aufzeichnungen zur Naturgeschichte von Yellowstone keine Hinweise auf Sichtungen von Bigfoot finden. Da es keine gemeldeten Sichtungen gibt, gibt es im Moment wirklich nichts weiter zu verfolgen. Das Auffinden dieser wenigen Zeilen in einem Meer von Briefen über Pflanzen und Freizeitaktivitäten weckte die Neugierde nicht nur auf die gemeldete Anwesenheit von Bigfoot, sondern auch auf andere Phänomene, die möglicherweise gemeldet wurden, zu achten. Es stellte sich heraus, dass Yellowstone eine lange Geschichte seltsame Vorkommnisse hat, darunter auch Berichte über Seemusik, die bereits in den 1880er Jahren gemeldet wurden. Die Seemusik wird als ein summendes Geräusch beschrieben, das sich um den Yellowstone Lake bewegt. In seinem Buch Yellowstone National Park aus dem Jahr 1895 erwähnt Hiram Chittenden, ein früher Ingenieur im Park, einen Overhead Sound. Ein höchst eigenartiges und interessantes akustisches Phänomen dieser Region, das allerdings von Touristen selten wahrgenommen wird, ist das Auftreten seltsamer und undefinierbarer Geräusche über dem Kopf, schreibt Chittenden. In der Region der Shoshone und Yellowstone Lakes haben Entdecker sie schon lange wahrgenommen, aber nur dort. Diejenigen, die den Park besuchen und in der Seenregion zelten, können die Seemusik immer noch hören. Obwohl zahlreiche Beschwerden zu wissenschaftlichen Untersuchungen geführt haben, konnte bisher niemand feststellen, was die summenden Geräusche verursacht. 33 Jahre nach den Briefen, in denen nach Sasquatch-Sichtungen gefragt wurde, kann das Archiv nicht behaupten, offizielle Unterlagen über Bigfoot-Begegnungen oder Aufzeichnungen zur Erklärung der Seemusik zu haben. Das Yellowstone Archiv verfügt jedoch über Briefe und Antworten der Chief Ranger an neugierige Menschen auf der ganzen Welt mit Anfragen, die vom Alltäglichen bis zum Ungewöhnlichen reichen und alle darauf warten, entdeckt zu werden. Einem Park Ranger gelang es jedoch vor kurzem, Beweise für einen vermeintlichen Bigfoot im Yellowstone Nationalpark zu sammeln. Mr. Oliver kommentierte den Vorfall wie folgt, ich bin ein großer Fan der Live-Kameras im Yellowstone Nationalpark. Ich hatte das Glück, diesen wunderschönen Ort mehrmals in meinem Leben zu besuchen und er war immer einer der Orte, an denen ich mich am wohlsten fühlte. Er ist einer der großartigsten und schönsten Nationalparks, die wir haben, aber aufgrund meines Alters und einiger anderer Probleme kann ich ihn nicht so oft besuchen, wie ich es mir wünschen würde. In Wirklichkeit habe ich ihn schon lange nicht mehr besucht. Ich beobachte häufig die Live-Kameras, die im Park aufgestellt sind, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Als ich auf die Kameras schaute, sah ich eine riesige Gestalt in der Ferne. Das Bild war stark gesumt und es befand sich sonst niemand in der Nähe. Die Tatsache, dass dieses Ding zerrissen ist, ist der Hauptgrund, warum ich es bemerkt habe. An anderen Stellen des Nationalparks konnte ich in der Ferne Menschen sehen, die mir winzig vorkamen, aber dieses Ding hob sich von den Bäumen ab, weil es so groß war. Obwohl es immer wieder Geschichten über Bigfoot im und um den Yellowstone Nationalpark gibt, bin ich bei diesem Thema immer ziemlich unvoreingenommen geblieben. Mein enger Freund hat mir Geschichten erzählt, wie er im Yellowstone Nationalpark zeltete und dort auf etwas traf, das er nicht beschreiben konnte. Er ist fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Wesen, in dem er man selten begegnet ist, um einen Bigfoot und nicht um einen Bison handelt. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, deshalb habe ich das Foto unten noch einmal gepostet. Ich sage nicht, dass es ein Bigfoot war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Mensch sein könnte. Es stach sehr hervor und wie ich schon sagte, ist dieses Monster im Vergleich zu den umliegenden Bäumen ziemlich groß. Ich denke, dass ich den Unterschied zwischen einem normalen Menschen und dem was es ist gut erkennen kann. Das ist einer der wenigen Fälle, in denen ein Bigfoot im Yellowstone Nationalpark mit der Kamera eingefangen wurde. Wie bereits erwähnt gibt es zwar zahlreiche Berichte über Begegnungen mit dieser Kreatur, aber nur sehr wenige konnten das Gesehene festhalten. Bigfoot Forscherinnen und Forscher behaupten, dass Menschen, die den Nationalpark besuchen, schon seit Jahren riesige, haarige Kreaturen gesehen haben. Wenn Skeptiker diese Arten von Fotos sehen, merken sie jedoch an, dass es wichtig ist, einen offenen Geist zu haben und dass es im Yellowstone Nationalpark eine Menge Wildtiere gibt, die gefährlich sind. Sie sagen auch, dass die Menschen ganz normale Tiere fälschlicherweise für Bigfoot halten könnten. Das stimmt zwar und es ist wichtig bei der Untersuchung dieser Vorkommnisse so viele Nachforschungen wie möglich anzustellen, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Erklärungen, die angeboten werden können. Augenzeugen, die behaupten Bigfoot im Yellowstone gesehen zu haben, glauben, dass die Kreatur nicht mit den einheimischen Wildtieren verwechselt werden kann und behaupten, dass es in dieser Region keine humanoide Spezies gibt und schon gar keine, die solche Höhen erreichen kann. Bigfoot scheint zwischen 8 und 10 Fuß groß zu sein. Man nimmt an, dass er eine Gesamtarmlänge von 120 Prozent seiner Körpergröße hat, vergleichbar mit der eines affenähnlichen Wesens mit verlängerten Unterarm. Im Gegensatz zu einem Affen soll die Art jedoch zweibeinig sein. Da sich der Kopf in einer Position befinden muss, die eine zweibeinige Fortbewegung ermöglicht, deutet die Zweibeinigkeit des Tieres höchstwahrscheinlich auf einen funktionierenden Kehlkopf hin. Weitere Beweise deuten darauf hin, dass der Yeti einen großen Zeh besitzt, der ihm beim Balancieren hilft, denn er ist fast dreimal so groß wie der eines Menschen, wenn man ihn an seine Größe anpasst. Der Bigfoot scheint am ganzen Körper behaart zu sein. Dies ist jedoch nicht der einzige Fall, in dem Bigfoot auf der Kamera festgehalten wurde. Einige Bigfoot-Kenner behaupten, dass die Aufnahmen, die 2015 im Yellowstone Nationalpark gemacht wurden, nicht nur einen, sondern gleich vier der mythischen Monster zeigen. Das Video zeigt Bisons, die durch einen schneebedeckten Park wandern, bevor vier aufrecht gehende Kreaturen im Hintergrund auftauchen. Zu Beginn des Videos steht in der Bildunterschrift Nachrichten, die ihr nicht sehen sollt. Die Aufnahmen, die in der Nähe des Skyseers Old Faithful in der Touristenattraktion gedreht wurden, brechen ab, bevor die Kamera einen guten Blick auf die Kreaturen werfen kann. Enthusiasten hoffen seit langem, Beweise für die Existenz eines Monsters zu finden, von dem man annimmt, dass es frei erfunden ist. Nach Ansicht von Wissenschaftlern handelt es sich bei den meisten Sichtungen um Verwechslungen mit anderen Arten oder um Fälschungen. Al Nash, ein Sprecher des Yellowstone Nationalparks sagt, Bigfoot-Sichtungen sind nicht häufig, aber es kommt vor. Die Leute erzählen ständig viele verrückte Dinge über Yellowstone und Bigfoot ist nur eines davon. Trotz seiner umstrittenen Geschichte ist das Biest weiterhin ein weit verbreitetes kulturelles Symbol in ganz Nordamerika. Seit Jahrtausenden wird von Sichtungen dieses Tieres berichtet, die bis in die Zeit der Ureinwohner unter alten legendären Folklore zurückreichen. Was diese Behauptungen noch erstaunlicher macht, ist die Tatsache, dass Menschen auf der ganzen Welt immer noch auf diese Tiere stoßen. Geschichten über sie kommen aus Tibet, Amerika und sogar Australien. Trotzdem sind die Menschen geteilter Meinung darüber, was diese Kreaturen sind und ob diese Begegnungen glaubwürdig sind oder nicht. Glaubt ihr an die Existenz dieser Monster und sind die Geschichten über sie wahr? Sagt es uns in den Kommentaren.